Wart sie? Wer möchte den? Ja, vor allem voll scheiße lackiert. Du röckelt alles ab, Alter. Sieht voll ekelhaft. Ja, komm, jetzt sei mal nicht so, sei mal nicht so... Ja, wenn sie sich die lackiert, dann... Ja, aber wenn sie sich die trotz Zombie-Apokalypse... Die sind doch von vor zwei Jahren lackiert. So lang hält das nur auf den Zähnen. Auf den Zähnen, wer lackiert die Zähne? Aber... Ja, kommt doch an, kommt doch an wie oft man sich weg. Nein, ich hab das eine Mal fast ein Jahr lang schwarzen Nagellack auf den großen Zähnen auch gehabt. Und ich dusche regelmäßig, okay. Ja, ich mein, ja, und wenn man nicht regelmäßig duscht, dann bleibt das auch auf den Fingern so lange. Nein, das blättert da automatisch, aber du ja deine Finger benutzt. Oder... Oh, ne, ich... So, ein kleines Statement. Äh... Oh, Mann. Da muss ich sogar mal den richtigen Namen sagen. Das gleiche gesagt. Das hat er gesagt. Tut mir leid. Da hinten hat irgendwas gekotzt. Ja, das war so auf, ich will langsam die, äh, Autos haben. Ich find das ja Folge für Folge an und dann kommt nix. Haben wir jetzt alle ne Machete? Hm. Nö. Außer der Gitarristen natürlich. Genau. Jetzt hab ich ne Machete. Molotovs. 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 Guck saubern. Guckt euch das an. Molotovs. Ich glaub das hier ne Sack was zu sein. Ich glaub das hier ne Sack was zu sein. Ich glaub das hier ne Sack was zu sein. Ich glaub das hier ne Sack was zu sein. Nein. Ich hab das nicht geschafft zu sein. Scheiße. Hahaha. Du läufst natürlich erstmal eins dann durch und bleibst erstmal ein bisschen stehen. Ich? Ja. Ne, ne der andere Prycaf. Ich bin nicht durch die Tür gekommen. Ach ist das hier nicht, äh, die Stelle wo wir uns immer verlaufen haben? Wow, wo kommt die denn hier? Das kann sein. Der Bond Hunter. Ja, ne. Scheiße. Ihr macht das da schon. Ja, ja. Ja, du kommst da, du kommst danach, ne. Das ist dann so in der nächsten Folge. Wir sind durch das Haar auf den Bogenwagen hier. Oh cool. Oder was soll ich auch noch mal eben da hoch? Ja. Ich dachte wir müssen wieder runter. Ne, ne. Müssen wir nicht. Tischen ja doch aber nicht da wo Prycaf war, der ist auf derselben Seite. Ne? Wo wir herkommen. Steffsmoker. Das ist Oma. Oma. Äh, aber wie konnte er dich denn jetzt durch die Wand ankotzen? Das geht's. Ach, ich weiß warum. An der einen Stelle ist nur Maschendrahtzahlen. Hey. Hey. Ähm, fehlt hier nicht einer? Da kommt er. Hä? Ja, ich hab von oben euch die scheiß Zombies gekniped, Mann. Ich hab aus zwei Meter Entfernung die scheiß Zombies gekniped. Ich bin noch bei dir. Passt. Ich bin noch bei dir. Ich schieße ihn mir ins Bein, dann kann er nicht mehr wegrennen. Nein, nicht. I took and put it to me. Ey, ich hab den Weitereweg gefunden. Ich hab den Weitereweg gefunden. Oh mein Gott. Ich hab den Weitereweg gefunden. I get rid of the Scorsion. Ich hab den Weitereweg gefunden. Ich hab den Weitereweg gefunden. Huch, ich bin runtergefallen. Bitte. Stürp. Ist ne Kettensäge. Wie macht die Kettensäge? Stürp, Frycamp. Stürp. Wie malz. Ich senke ein paar mit meinem Kopf ab. Lauf. Lade nach und er hat damit er zu laufen A Europa auch von den Kassel bis in die Pläne wenn man eigentlich wird er wieder an den Punkt wo geht der Zweiter ich weiß es wir haben auch immer wieder bei dem Haus die ist es stehen die Metin-König da aktiviert der Tat mit der Machete den Benzinkant anzünden kann nein es geht nicht damit habe ich jetzt nicht gerechnet er bleibt auch weiter ich habe besondere Moni gefunden das besondere Moni wo? Zornmoni ach da oben Bist du Treppo? komm ich doch gleich mal mit, das ist doch bei der ja bei der Witch ist die Branduni ganz gut, dann können wir die auslöschen äh wie bist du hier rein, auch da? rüber aßen oh ja oh ja oh ja oh mir wird ganz heiß wo ist die Witch? in meinem Papo hey, da wo sie immer ist wo ist sie? da steht sie darf ich? ja natürlich fress auf mich ja das reich ich auch, deswegen habe ich sie nicht mehr getroffen oh mein Gott war die knapp ha 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 äh so und dann können wir uns Branduni geholt noch nochmal Shady alter sind ja voll im Überfluss das war meine, ich hab nen Baseballschläger jetzt was denn? laufen wir immer noch richtig? ja, ja wir müssen hier in den Kanal genau kommt her ihr Ficker ja kommt das mit den Autos was du schon die ganze Zeit ankündigst nein, ich bin runtergefallen schönen dicken Knüppel ins Gesicht ich bin dabei, ich bin auch wieder äh, was? sag mit dem dicken Knüppel ins Gesicht nein, Hilfe, kommt wieder hoch, kommt wieder hoch nein, komm einfach runter kann ich nicht ich könnte es doch ja, oh sorry da ist doch ne Treppe oder nicht? nein nein dann lauf ohne mich, Alter ja, wissen wir ja die haben ja keine andere Wahl ah, Boomer wow Alter was n Ficker äh, Hilfe stirb danke oh Alter, der kam nur aus dem Nichts einfach auf mich zugerannt ja ich hatte keine Ausweichschutz ich muss mal gucken, ich muss mich im Notfall auch gleich reiten ich mach mal Licht an, ich seh bei dir nix äh, mein Licht ist doch an geh dir doch, Freikatz schön besser ey, meine Taschenlampe ist an, was willst du eigentlich? ja, doch, herzliches, wenn ich, äh, auf nach anzumache ich guck jetzt aus deiner Perspektive, ne? aus meiner? hier ist das mit den Autos ja hier ist doch irgendwo ja, da ist was mit den Autos ist bitter ich knüppel noch ein bisschen, ne? okay äh, solltest du hochkommen, glaube ich mal wieder außerhalb, damit ich um dich rumgucken kann ja oh, ne AK ne, ist ein Shotgun dann bleib ich bei der Sniper hinter euch ist alles frei okay, wir gehen dahin hehehe fast wiege, äh vor allem Prycaps passen auf die Autos auf die dürfen die vor allem nicht tun ja, das könnt ihr sowieso eigentlich nicht schaffen doch, da ist uns nicht ein victim hier also, wir sollen sie nicht aktivieren ähm, dammit, ich hab den Spitter getötet und deswegen bin ich gestorben aktivieren oder nicht aktivieren? nicht aktiv ich war's nicht ich war's ich war's aus Versehen, weil ich die Tore umgelebt und die Zombies abwählen ja, da würde der nicht bestellen ich hab die Welt, werden sie nochmal wiederholen ja, das ich hab die Zombies abgewehrt, damit sie mich nicht töten und das war auch voll ich wasch jetzt durch, man ich wasch jetzt durch, man da seh ich auch von der jetzt verblieben oh, jetzt häng ich bei deiner toten Perspektive fest verdammt, ich hab keinen ich hab den der durchs Feuerwerk nein ihr schickt dran vorbei ihr schafft das weil jetzt gehen die scheiße alle auf Mist los ich bin ab 6 Goooool das ist ganz gut dran jeder mal weiter, da hinten könnt ihr uns wiederholen da ist ein Save reinlassen da ist uns wiedergelebt da kommt immer los da kommen aber ganz schön viele, ne? Egal die solltest nicht stehen bleiben, glaub ich warum? die sind grad so viele, die ich umklatschen kann ich guck lieber bei Orbsolos, die kommen vorwarten wie kann man, ähm in einem Moment leider auch nicht in einem Moment leider auch nicht mit Linksklick mit Linksklick mit Linksklick ja, das ist definitiv gut lasst mich in Ruhe, ihr Schlampen pass auf, das Auto auf, das Kling oh, Medikids und Schiss und Schiss geht mal besser beide in den Rollster Freycaps, da waren nur Medikids, aber scheiß mal drauf er geht einfach in den Save rein ich geh wieder auf seine Perspektive ich nicht oh, er, er, er ist auch bei Medikids ja, der wird ja alles ich Idiot hab vergessen nicht allein in dein Land gehen da kommt ein Tank, glaub ich Rafer, mir fällt grad was auf oh nein, der Smoker NEIN 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 du, Basti, weil du vorrenzt das war so perfekt ich hab, alter, irgendwie ist dein Kringel an einer volllegelassen Stelle oh, ist noch nicht vorbei hätte ich losgelassen Hilfe! ich muss nachladen Ficker Lade doch nicht danach, wenn die Tomys kommen ich glaub das wird nix, weil da oben kommt ne dauerhaft äh, haufenweise an Gegner das ein Jockey, das ein Jockey vor dir! Lade kommst du nun oder willst du da liegen? hilf mir hilf mir warum lebst du noch? ja, zu dir hast Medikids, die da drin sind warum lehne ich noch? keine Ahnung los, du kannst die Medikids beide nehmen ich hab noch eins in petto ey, wie schaffst du das denn? ja klar ich hab mich nämlich schon gefeuert ich hab nämlich vergessen auf dem Aufnahmeknopf zu drücken den Quellen nicht kann er auch so viel dazu aber wie habt ihr das denn geschafft, Herr Pricas war doch tot ich war nicht tot ich hab mit der Pistole alles abgewirrt da ist ein Charger ach so, hast du mit der Pistole den Smoke abgeschossen so, dass ob du es untergefallen ist oder was? nein, er hat einfach überlebt da kam einfach nach die Gegner so aber bei mir lag er er lag doch, oder? ja, klar ich hab mit der Pistole alles abgewirrt ja, dann ja, aber wie konntest du denn auferstehen wenn Omzolos auch noch vom Smoker erwischt wurde? hä, nein ja, weil der Smoker mich losgelassen hat da unten läuft ein Spiller rum ach so da unten sind wir, da unten sind wir ja, ich hab euch schon gesehen beim Selfroom sind wir, beim Selfroom sind wir beim Selfroom sind wir, beim Selfroom dann ist der Smoker nicht da ist kein Saferoom nein nein, ich bin jetzt Alter da bist du wo bist du? das ist ultra mies Omzolos ist auch down ne, doch nicht noch nicht noch nicht ich bin da hier macht's echt spannend ja, wir müssen sie noch durch den Park ja, wir müssen sie noch durch den Park das Mausoleo das Mausoleo das Mausoleo äh, Cha-Cha, Hilfe! äh, Cha-Cha, Hilfe! das ist ein Cha-Cha das hat so geschlecht dagegen Booba! und ein Jockey und ein Hunter hab ich auch noch gesehen jetzt ach du Scheiße, dass du da eine neue Wand hast die ist ja geil welcher ist das denn? der Name ist der und ich kann sage, randweg und schnell weil er macht und so zufestig Alter, mir hört sich nicht total an und so weiter zeig mal, warte, bleib mal stehen ich möchte mir die mal angucken oh, die ist echt neu die kenne ich noch nicht die ist richtig geil alter lass mal fallen, ich will auch mal ja, geh doch zurück zum Schotten, da lagen die alle aber die sind dann weg da hab ich mir die AK gestoppt wieso? ich dachte, das wär jetzt wieder so für alle ne, das ist der Wiederbelegungsschuppen da sind irgendwie nur keine Ahnung drin das ist ja eine Sache es ist ja gut, dass wir gestorben sind vielleicht hätten wir es dann nicht bekommen nein, hätten wir nicht da liegt ein Granatwerfer in Drycap ab ihn wo müssen wir jetzt eigentlich lagen? das Problem haben wir auf jedes Mal ähm hier runter ist glaub ich noch richtig und jetzt ganz nach rechts Jockey oh oh ach so was stand da bei der Ecke mhm hier lang müssen wir genau hier runter äh hoch Kaboom geh weg von dir Lade nach aufpassen pass doch auf ja, aber hier ist der Ausgang boah, Alter, miss warm miss warm Alter ich hab geblockt den Hurensohn aber vom ok der ist von richtig weit hinten gesprungen ja sag doch ich erinnere dich solche bösen Wörter im Let's Play das ist doch ganz so was? hinten? nee huren gestrungen das kannst du auch so gut sagen du rums doch grad gar nicht mehr auf da ist ein Tank wo? hallo Tank ACHTUNG 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 Hilfe ein Auto liegt auf mir jetzt nicht mehr ACHTUNG wo ist er denn? ich bin down ich bin down oh scheiße er brennt aber ich auch uh er ist down NEIN er ist nicht down oh der Mixer hat mich voll verarscht jetzt ist er down ok ich geh immer Boah Alter ich nehme mir mal ein Medi-Pack ACHTUNG 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 weh du gehst auch auf mich du kleiner so ein Wichs alter warum springen diese ganzen Kack-Infizierten immer auf mich die die rauf springen Boah Wafer deine Waffe ist geil ja sag ich ja alter die rockt übel die behalte ich jetzt hey wer zur Hölle ist mir durch die Schussbahn gelaufen während ich eine scheiß Granate abschieße das waren dann wohl wir ich schätze mal da ich dann erst beim Cellphone wieder mit drin bin oh Prycaps du wirst echt einfach mal dich beim zuschauen ich geh wieder auf Omsa los oh warte ich will mich zuerst heilen oh ich auch ich brauch auch ein Medi-Pack drin ja aber eins für mich übrig lassen ne ja ja klar ey ich konnte mir noch gar keins mehr nehmen was denn es liegen aber noch zwei Stück ich bin auch nicht ich bin auch nicht alles klar da da und das dritte das dritte das dritte das 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 läuft richtig gut so oft wie wir sterben ja ich bin ich bin es hat auch noch ein Medi-Pack für dich da das liegen noch zwei da ja ich brauche noch eins ne ein anderes Scheiß das benutze ich jetzt jetzt ist es amt ja dann musst du euch drum krügeln Tja, schalte ich mal drauf. Hey, bei mir liegt der noch ein. Ja, danke. Ja, du bist aber, du hast noch mehr Life als ich. Ja, weil ich gerade meins benutzt habe, was ich hatte. Ich seh. Den Polizisten wirst du nicht down kriegen. Okay. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.